Hallo ihr Lieben, das ist ein kurzer Nachtrag zu dem letzten Video dazu, dass im letzten Video ging es darum, dass Selbstpolitisierung der Wurzel unserer gesellschaftlichen Übel ist und politisiert werden die Lösung wäre. Also systematische Politisierung aller, positive, freundliche Politisierung. Ich leide immer sehr darüber, darunter selber, dass meine Videos so langatmig sind und hätte es gern kürzer, deswegen nochmal ein kürzerer Versuch. Also wir können das so sehen, dass das, was Solon mal versucht hat in der Vorgeschichte der antiken Demokratie oder was er wollte, eigentlich aus eigener Überforderung, aus der Erkenntnis und auch aus, ich würde sagen, aus der Erfahrung eigenen Überfordertseins in diesem Ansinnen, was Athen an ihn herangetragen hat. Er soll jetzt der große Friedensstifter, der große Mediator sein Athens. Das war so die Rolle, die man ihm zugeschustert hat. Das, was Solon wollte und was dann später die kleistinische Partei in der Einführung der Losdemokratie in Athen geschafft hat, ist, aus allen Bürgerinnen und Bürgern kleine Solons zu machen. Also eigentlich war es eine Solonifizierung der Polis Athen und zwar aus der Einsicht, dass der Einzelne davon überfordert ist. Ich meine, Solon hat man das zugetraut und Solon, dem man das zugetraut hat, als er dann diese Rolle hatte, er soll Frieden stiften, er soll Athen reformieren, fand sich offensichtlich in einer Rolle der reinen Überforderung wieder. Deswegen eben bei Solon, wie im letzten Video erzählt, die Bestrebung, die Bürger ins politische Engagement zu bringen, der sozusagen politische Imperativ bei Solon oder der politische Appell, Partei zu ergreifen. In gesellschaftlichen Konfliktlagen müssen alle Partei ergreifen. Ich denke, dass das aus der Erfahrung des Überfordertseins des weisen Individuums Solon kam. Solon sollte Frieden stiften und realisierte, dass er das als Einzelner nicht kann und dass er dazu die Mithilfe aller seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger, würden wir heute sagen, damals natürlich nur Mitbürger, aber wir würden heute sagen, die Mithilfe aller seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger braucht, damit es funktioniert, dass er als Einzelner und dass auch eine kleine Gruppe das nicht leisten könnte. Das war die Einsicht. Und insofern, der Trick ist, der dann Jahrzehnte später in der Einführung der Demokratie, in der Einführung der Losdemokratie in Athen gelungen ist, ist, aus allen Menschen Solons zu machen, aus allen Menschen diese Vermittler zu machen der Gesellschaft, aus allen, nicht aus wenigen und nicht aus einem. Ja, sozusagen die gesellschaftliche Vermittlungsarbeit muss von allen geleistet werden. Das war die Einsicht der Griechen in Athen und als sie das verstanden hatten, haben sie Losdemokratie gemacht, weil nur Losdemokratie kann uns alle systematisch positiv politisieren, anstatt dass eben dann einige wenige in der Politik gehen, sich in Kämpfe verstricken und das ganze Ding in den Abgrund reißen, verkürzt ausgedrückt. Also aus dieser Dynamik, wir engagieren uns, wir gehen in Parteien, wir bekämpfen uns parteiförmig, lagerförmig in der Gesellschaft, reißen wir die gesamte Gesellschaft mit in den Abgrund. Und damit das nicht passiert, müssen alle in der Politik sein. Und das kann man eben Solonifizierung Athens nennen, aus Einsicht, dass ein Einzelner überfordert ist und dass auch eine kleine Gruppe von Menschen überfordert wäre, wenn es darum geht, in der Polis Frieden zu stiften. Das war die Erfahrung und das ist unsere gleiche Erfahrung, ist auch heute. Wir machen die gleichen Erfahrungen. Das ist bitter, historisch gesehen ist das echt bitter. Also dass Leute, dass wir die gleichen Fehler machen wie Menschen vor 2500 Jahren, das dürfte, darf eigentlich nicht wahr sein, das dürfte, sollte eigentlich wahr sein, ist aber beschissenerweise leider wahr. Wir machen die gleichen Fehler. Ceterum Censio, Isonomia am Esse Sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politie, die Demokratie gelost werden muss.